Hallo, mein Name ist Mara Frey und ich mache meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin hier an der Bremer Krankenpflegeschule. Ich habe jetzt gerade meinen Theorie-Blog und will euch mal zeigen, was wir hier so machen. Kommt mal mit! So, ich hatte jetzt gerade mein Jahresgespräch mit meiner Kursleitung. Das Gespräch haben wir einmal im Jahr. Das ist zum Glück ganz gut gelaufen. So, ich habe jetzt Pause und heute gehe ich mal nicht in den Pausenraum, sondern mache in der Stadt ein paar Besorgungen. So, nach acht Wochen Theorie habe ich jetzt hier im RKK meinen nächsten Praxiseinsatz in der Gefäßchirurgie und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Bremer Krankenpflegeschule mal sehen.